Hallöchen erstmal. Ja, jetzt reden wir über dich. Hast du dir bewusst schon mal gesagt, ich liebe mich? Denn genau darum geht es hier, um die Gemeinschaft, um das Wir. Warum erzähle ich euch das Ganze? Mit NG Mental Coaching nutzt du deine Sprungschanze für deine Ziele, deinen Erfolg und deinen Mut. Daher trage ich immer diesen Hut. Was erwartet euch bei uns? Seminare, Vorträge und Poetry Slams. Und Poetry Slams wie dieser und positive Stimmung immer wieder. Gerade für Schüler und Azubis und Studenten. Mit euch gestalten wir Stimmung, mit positiven, lachenden Momenten. Wir, Susanne, also meine Mama, die gerade filmt, und ich, wir begeistern mit Leidenschaft und Herz. Denn so wird dein Leben zu deinem Meisterwerk. Walt Disney sagte einmal, wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch erreichen. Wir lernten diesen Spruch an unsere Wohnungswände zu streichen. Aber lasst uns doch daran glauben, voller Begeisterung und Emotionen, voller Freude und Visionen und nicht nur an die Wände streichen, sondern unsere Träume erreichen. Buchen könnt ihr uns auch direkt für eure Events. Da fragt ihr euch, wer die Nina und Susanne noch so kennt. In Facebook, Instagram und YouTube könnt ihr uns begegnen, denn mit dem Namen Nina Graber bin ich dort vertreten. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wir freuen uns, euch bei unserem nächsten Event zu sehen. Und bis dahin könnt ihr auch online gehen auf www.mentalcoaching24.com. Ich danke euch.